Sie nutzen ein hochwertiges Tablet oder Smartphone. Sie schätzen deren Komfort und Mobilität. Die damit erzielten Messergebnisse genügen jedoch nicht ihren Ansprüchen. Sie vermissen die Genauigkeit und Zuverlässigkeit professioneller GNSS-Empfänger. Diese sind ihnen jedoch oftmals zu groß, zu schwer und zu komplex in ihrer Ausstattung. Sie sagen sich, etwas Handlicheres und Flexibleres wäre ideal. Zum Beispiel ein GNSS-Empfänger, ausgestattet mit professionellen Standards, mit kompakter Funktionalität, nicht zu groß, nicht zu schwer und bei Bedarf einfach anschließbar. Wir von PPM haben uns dieselben Gedanken gemacht wie sie und wir haben uns zusammengesetzt, um nach einer Lösung zu suchen. Herausgekommen ist ein GNSS-Empfänger mit dem Namen PPM 10XX. Er ist klein, er ist leicht. Er kann, je nach Modell, alle bestehenden Satellitensysteme wie GPS, GLONASS, GALILEO und COMPASS verarbeiten. Er ist ausgestattet mit allem, was sie für eine zuverlässige und präzise Messung benötigen. Vom stabilen Submeter bis zur Zentimetergenauigkeit. Antenne dran, mit dem Tablet per USB verbinden und los geht's. Durch seine kompakte Bauweise ist der 10XX ein Leichtgewicht. Ohne großen Aufwand lässt er sich mittels eines bewährten Stecksystems an der Unterseite eines Tablets oder auch eines geeigneten Smartphones befestigen. Und nach einer erfolgreichen Messung kann man den Empfänger einfach wieder abnehmen. Der 10XX, eine Lösung von PPM Design. Klein, präzise, mobil.